Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal liebe Freunde. Heute gibt es für euch wieder ein sehr sehr geiles Video und zwar war ich in einer Gaming-Wilder zu Besuch und da habe ich einen Profi-Spieler auf meinem Account spielen lassen. Ich erkläre euch das Ganze ganz kurz. Ich habe gegen einen Kumpel von mir gewettet, wer von uns beiden in Fortnite den 1 gegen 1 gewinnt und der hat gewettet, dass er das Ganze gewinnen wird. Ich habe gesagt auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ich gewinne das, obwohl ich eigentlich weiß, er ist ein bisschen besser als ich, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich einen Profi auf meinem Account spielen lassen. Er hat für mich gewonnen, hat ihn zerstört. Ich will nicht sagen, wir haben sogar ein bisschen um Geld gewettet. Also nein, davon offiziell nicht, wir haben nicht um Geld gewettet. Auf jeden Fall werdet ihr dem Video sehen, wie ein Profi auf meinem Account gespielt hat. Jemand anderen, den ich kenne, komplett zerstört hat, er ausgerastet ist. Wir haben es damit auch aufgelöst. Auf jeden Fall sehr, sehr lustiges Video geworden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da. Tragt gerne meinen Körner und Schanty ein. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Mittag. Und ciao. Erstmal, Wadding, willst du erst mal was zu sagen zu YouTube-Video überhaupt? Ähm, du bist sch***er? Oh, okay. Also ich werde nur so zersch***er. Ganz wichtig fürs Video, ich werde nur so, ich bin gemütlich auf Discord. Ich werde nur so ein paar Minuten 1 gegen 1 gegen 1 gegen ihn machen. Und dann werde ich Asa spielen lassen. Ich bin sehr, sehr gepflanzt. Äh, ja. Wie viel machen wir? Ich würde sagen, ich mache jetzt erst mal ein paar kurz. Okay, muss ich kram sein, dass ich zwischendurch jetzt aufs Klo muss. Ach so, ja, okay, okay. Ja, aber nur kurz, nur kurz, nur kurz. Nur kurz, so wie sonst immer. Ja, ich bin kurz weg, kurz auf Toilette, eine halbe Stunde weg. Nein, nein, also es ist wirklich nur kurz, Klo. Sagst du ehrlich, dass du so voll gegen mich gewinnst, oder was? Ja. Okay, deine Retop, hast du ja gewinnt? Ja, ehrlich, du, weil ich bin einfach sch***. Ich spiele einmal sowas mit Fulda, weil Fulda OP ist. Aber sonst bin ich ehrlich komplett moin. Das ist halt insane. Wollen wir um Fünfer wetten? Mh, komm, Fünfer kann man machen, ob du es nicht. Um den Döner, Fulda-Döner. Okay, okay, wir machen um den Döner. Wer dem anderen Döner ausgibt, okay? Last würde ich sagen, 10 Runden spielen. Und wer von den 10 Runden mehr gewinnt, oder nein? Wir machen 15 Runden, 15 Runden. Wer von den 15 Runden mehr gewinnt, ist der Gewinner. Bin ich auch nicht. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Du mein Ego? Ja. Warte mal. Aber ich bin ohne Minis, oder? Ja, klar. Mega. Warum heißt du eigentlich Wave Chanty? Ja, warum heißt es? Ey, ist mir egal, ob wir aufnehmen. Meine Mama hat sich Dirty gekauft. N1-V. Ja, es ist ganz weird. Ich habe so Trinken hochgebracht. Einmal ist der Dirty. Okay. Das ist der Kacke. Gib mir kurze Sekunde. Ja, 1, 1, 7 und... So, wenn er wüsste. Wenn er wüsste, ja, wir... Nein. Digga, wie soll ich fühlst? Ich fasse es nicht. Oh, war es wie gut? Digga, ich wurde gerade komplett gewallert, Digga. Ah! Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Ich hoffe, aber jeden editet oder so. Oh, nein! Nein, 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 nein. Was ist das? Was ist das? Was machst du denn? Okay, komm. Oho. 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 Ich muss kacken. Lass mich kurz kacken gehen. Okay, Chat, ich bin gemuted auf Discord. Ich muss sagen, was hat der für riesen Ego jetzt? Ich hab ihm jetzt... Ich hab ihm die Pickaxe eben. Ich hab mir jetzt kurz gewinnen lassen. Jetzt wird der Ego riesig Asa. Verbraucht dich nicht richtig. So. Jungs und Mädels, ich behalte jetzt... Ich behalte hier mein Headset auf. Ich lass Asa jetzt hier hin. Ähm... Asa macht jetzt hier seine Settings rein. Ich... Du hast... By the way, entgült dich nicht hier auf Discord. Und Asa wird den gleich hoffentlich... Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich zerstören. Ah, nein. Fokus. Nein, fokussier doch. Bitte fokussieren. Bitte. Nein. Nein. Och, Mann. Ja. Wow. W.O.P. W.O.P. Okay, Jungs. Asa. Ist jetzt neben mir der Süße. Hat alles. Also wirklich alles. Fohlfällig eingestellt. Hat seine Settings drin. Und er wird jetzt... Mann, sich zerstören. Ich hole mir das Geld. Dafür fängt das besser als ich. Hallo? Na, das weiter machen wir wieder. Jo, oder für irgendwie jemand anderes. Warte putz. Okay. Egal. Oh, du bist doch eigentlich... Du bist doch eigentlich... Wie scheiße bist du denn? Nein! Ja, das war halt toddumm auch einfach. Äh, Madon, Fortnite, Digga. Oh, du bist kacki, du sagst irgendwie, ich bin dumm? Was machst du da für Sachen? Ja, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aber so gut und jetzt scheiße, Digga. Ja, weiß nicht, ich bin nur bei mir oder so. Ganz kurz, du musst kurz das Video erklären, welche Kugel ist. Ähm, der dicke, äh, äh, Fortnite-Highlight-Cutter. Ja. Nicht um Geld, sondern um... Ja, um einen Döner. Um einen Döner. Weil... Geld darf man natürlich nicht spielen. Sowas wird auch nicht... Ah! Sowas wird auch nicht... Oh, wie schlecht du bist! Merkst du, weil du scheiße bist! Ja, ne, ne. Sag mal. Bisschen Viko-Konfidenz hier. Ich bin da... Ah, Discord noch auch dazu! Nein! Digga, das ist... Nein, buddy! Instant-Gewinne ist halt... ...zum angucken. Ah! Ah, okay, okay. Und deswegen... Ich denke halt für dein Content so. Ah, okay, okay. Ich... Ich will halt, dass... Aber warum hast du... Warum hast... Warum hast du da am Anfang direkt gewonnen? Hast du da am Anfang direkt gewonnen? Ja, halt... Oh mein Gott, Digga! Bist du Scheiße, buddy! Ja! Du checkst es, glaub ich, nicht. Das ist Content. Ich mach jetzt bis zu... Äh, du musst jetzt gewinnen, sonst hab ich schon... Ist ja gewonnen, wir machen nur 15 Euro. So, stimmt ja! Ja, du musst jetzt gewinnen. Also, jetzt hast du so vier Runden verlandet. Fühl dich jetzt nicht, weil du einen 1 gegeben hast. Ja, GG. Was warst du denn? Digga! Digga! Ah! Ja, hab ich schon gewonnen. Ist halt so gut. Ich kann nicht so... Ich kann nicht so reinträumen bei dir. Ja, ist halt ein bisschen motzig, ne? Ist das... Ah! Na gut. Nee, warte mal. Du bist noch kein Gewinner. Wir machen 15 Runden. Das heißt, wer zuerst 8 hat, hat gewonnen. Du hast ja 7. Komm, wo bist du, Buddy? Komm! Ah! Wo bist du, Buddy? Komm! Oh, was? Okay, warte. Wo bist du denn, Buddy? Komm doch her! Wie bist du denn? Und bist du? Wo hast du geschossen? Und OBS geschossen! Oh mein Gott, ist Asa geil. Oh, du... Hab ich gegen Asa gespielt? Du hast dich gegen Asa gespielt. Ja, Schwanz. Ja, egal. Du, Scheißdixer, du bist so 6 Titan. Siegst du mich grad bei dir im OBS? Ja, man sieht dich. So, Jungs, das ist das für ein Video. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal. Da hat man einen Körnergut-Chanti ein. Haut rein und ciao! Buddy, danke fürs Spiel und danke fürs Geld. Bis zum nächsten Mal.